Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist der Hazard. Eigentlich sollte ich ja so eine Standschnitze nehmen. Wie ist das? So eine Handyverlängerung? Das weiß der Hut jetzt nicht, der ist nämlich tief beschäftigt. Und ich wollte eigentlich nur sagen, guckt mal da. Ja, jetzt habe ich es mal auf dem Bildschirm. Wir heißen jetzt Hookbross Portal. Ist ja auch sinngemäß wegen der Domain. Und ich zeige euch mal kurz eine Auswahl in unserem Shop. Guck mal, das Complete Package ist schon da. Von Neon Punk. Dann die Overlays dazu. Die Allerts. Hier, Candy Bomb gibt es jetzt auch schon. Die Allerts zum Neon Punk. Das ist ja ganz neu. Guck mal da. Roachblade Panels. Ich gehe noch mal kurz drauf. Die sind tatsächlich in kleiner Variante zu haben. Hier, guck mal da. Und ich sage es euch. Ich bin heiß wie Harry Weinford gerade. Diese gibt es natürlich auch in der HD Auflösung. Da könnt ihr eure Webseiten oder eure Stream Panel Dinger reinmausern. Wie irre. Wie irre sage ich euch. So. Sowit dazu. Ihr merkt schon, ich kann das super verkaufen. Da gibt es auch die Panels hier für das Neon Punk. Und die Doomstein Panels. Auch frisch und eigenständig. Auch in derselben Auflösung erhältlich. Nicht diese Ficky-Ficky-Mini-Auflösung da. Die ihr vielleicht auch von anderen kennt. Auch riesig. Habe ich schön beschrieben. Richtig? Ja, gut. Hier seht ihr das. Ist alles verfügbar. Könnt ihr mal bei uns vorbeigucken. Oh, Batteriefastle auf diesem verfickten Telefon. Darf ich das sagen? Ja. Bei uns schon. Transitions gibt es heute oder ich schätze mal eher morgen. Neue. Screens haben wir auch. Da seht ihr diese Geschichten hier. Die kennt ihr doch hier. Stream is taking a brick und so weiter. Ja. Ist auch angenehm gemacht. Auch in diesen 5 Farmen erhältlich. Könnt ihr euch mal direkt durchgucken. Und ja. Die Movies kennt ihr ja. Hahaha. Ja. Das war eigentlich nur eine kurze Info zu unserem Shop. Heißt jetzt alles nicht mehr Hookbross Gamer Shop. Sondern Hookbross Portal. Da ist einfach alles drin. Vor allem die neuen Podcasts. Auf Spotify. Was? Und Film. Hast du auch Filmer reden? Da hat Dr. Haas bald in der Special Edition. Ja. Ja. Ne. Auf das kommen wir demnächst zurück. Ja. Das mit Nerds of Dead wisst ihr vielleicht sogar schon. Dass man das vorbestellen kann. Aber der Tag ist lang. Ich bin kurz unten rum. Nein. Stimmt nicht. Tschüss.